So, ja, gut, äh, wo waren wir? Achso, ja, meine letzten Worte waren, naja... Oh! Man! Mein letztes Wort war, naja, ich wollte eigentlich... Scheiße, ich habe vergessen, was ich sage. Oh! Ich meine, ernst. Ja, ähm... Oh, geht doch. Äh, noch haben wir es nicht geschafft. Aua! Oh, die Arschis, ey. So, meine letzten Worte waren, naja, was soll ich denn da sagen? Achso, ich wollte sagen, naja, auf jeden Fall... ...werde ich, ähm... ...sie das Longshot holen. Werde ich mich sehr drauf freuen, wenn sich einige Leute es angucken und... ...ich hoffe, euch gefällt das. Oh! Also, nicht unbedingt, dass ich hier die ganze Zeit... Oh! Mann! So, auf jeden Fall... Oh, nee, ich will da schon... Scheiße, nein, das ist, was ich meine. Äh, hopp, und, whoop! Diesmal, diesmal packe ich ihn. Ja, sehr schön. Mit dem sind wir ausgewischen. Also, wenn ihr wissen wollt, welcher Emulator das ist, oder wie... ...ich das aufnehme, mit welchem Programm, dann bitte mich ansprechen. Ja. Ansonsten, viel Spaß bei meinem Let's Play, und... ...auf wenn wir jetzt schon einmal gestorben sind, das wird auch noch häufiger vorkommen, dass wir sterben, aber irgendwie... ...hoff ich wird es nicht ganz so häufig vorkommen... ...vorkommen... ...kann ich hier... ...nein, ich kann kein Charge Beam machen, den Charge Beam bekommen wir noch, glaube ich. Wo waren wir krepiert? Wir waren hier oben gestorben, denke ich, oder? Ah, Technik gewonnen, die zu töten. Hopp, und hopp, und hopp, und hopp... ...gehen wir die Sache ruhig an. Hier waren wir schon, haben wir das entdeckt, dann sind wir zurückgelaufen... ...jetzt kommt gleich dieser komische... ...der komische Penner, ne, der uns eben getötet hat, der kommt doch gleich. Äh, ja, das ist das gewenderte... ...das wollen wir jetzt nicht über den 10... ...HUH! Ah, da haben wir ihn, die Sau... ...da, wir haben ihn gepackt... ...sehr gut... ...ah... ...heil, heil, heil, heil... ...oh! ...was ist das? Ja, und ich hoffe, Tobi wird akzeptieren, oder wird... ...mir erlauben, mich... ...auf die... ...Revance-Spiele und so... ...n bisschen zu konzentrieren... ...denn ich hab Lust auch... ...irgendwann mal ein Pokemon Let's Play zu machen... ...wenn ihr eins haben wollt... ...also, nur wenn ihr eins haben wollt, natürlich... ...ansonsten bin ich für Vorschläge offen, was ich für Let's Plays machen soll... ...solange es kein... ...Battlefield... ...Bad Company 2 ist, weil... ...Battlefield ist nicht meins, auch wenn ich das jetzt bei irgendjemand unbeliebt machen sollte... ...meins ist es nicht... ...eures ist es vielleicht, aber... ...ich mache keine Let's Plays, die mir nicht gefallen... ...ich hatte das am Anfang gemacht... ...Bioshock... ...und das hat mir überhaupt nicht gefallen... ...Left4Dead ist ein Part... ...gekommen... ...auch nicht meins... ...oh, scheiße... ...nein... ...das sind diese uncoolen Scheißdinger... ...die nachher Zeit irgendwie kaputt machen... ...oh, nicht gut... ...ach herrje... ...so... ...hier kommen wir scheinbar noch nicht weiter... ...das heißt, ich werde... ...erst mal... ...irgends... ...irgends... ...safepoint suchen... ...oder... ...deckskäfer hier... ...ne... ...ah... 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 ...ich hab Angst... ...ah... 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 ...das muss ich... ...mit ein bisschen machen... ...wahrscheinlich... ...also mit dem Raketenwerfer... ...und wir begeben uns jetzt einfach mal hier runter... ...schauen mal, was hier so abgeht... ...hier geht das schon mal ab... ...das ist schon mal sehr gut... ...also wenn euch meine Let's Plays... ...keinen Spaß machen... ...dann bitte... ...schreibt das in die Kommentare... ...ohhh... ...ah... ...woah... ...äh... ...hier ist schon... ...ich mein Angst... ...dop zu gehen... ...wuhh... ...ah... 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 ...eh... ...alter... ...hier, komm... ...ich hör mir zu... ...zu früh... ... aufzudrücken... ...zu... Mistletank Das sind, äh, ja, S und A Oh Gott Nein Whoa, whoa, whoa Chill, my buddy Komm schon Äh, WTF Yeah Ähm Blüm Äh WTF Ich hör's euch, wir kack' gleich ab Ich weiß nicht, was ich gegen diesen Typ machen kann Ich glaub, ich wusste es irgendwann mal Aua Ah, nein Ja, kacke Gut, ähm Also ich Ich glaube ja Vor allen Dingen glaub ich in erster Linie, dass wir die Leben Und das wir jetzt auf jeden Fall erstmal keins verlieren dürfen Und das wir jetzt auf jeden Fall erstmal keins verlieren dürfen Ah hey, was auch das denn Ah hey, was auch das denn Woh Lb Gah, das ging so Hä? Schau mal, so kann ich sie schießen Ähm Hä? Ja, okay